Und die gleiche Aussicht seht ihr gleich nochmal von meinem Schlafzimmer. Das ist unser Badezimmer, wir haben uns in Mainz und das ist unser Bett. So, und dann machen wir auch nochmal einen Balkon mit Pränzchen und Bett und Zogelstuhl aus Ägypten und das ist die Aussichtsschlafzimmer. Und wie ihr hört, ist hier so ein bisschen Baulärm, aber das ist nachts ganz, ganz, ganz still. Gut, das sind alles unsere Schränke. Gut, das war's schon und jetzt geht's wieder zurück ins Wohnzimmer. So, jetzt habt ihr es gesehen, wie es bei mir aussieht. Tschüss. Mua. 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 Mua.